Hallo, mein Name ist Markus Meyer, ich bin 41 Jahre alt und ich bin Vespa-Abenteuerreisender. Derzeit befinde ich mich in der Mitte von Athen, vor einem großen Vespa-Laden, mit meiner treuen Gebärtin, Rosinante, angelehnt an das Buch von Don Quixote und ich bin bis jetzt seit 10 Tagen unterwegs, habe 5035 Kilometer und 17 Länder hinter mich gebracht, um beabsichtige noch einige mehr zu besuchen. Ich werde zum Schluss in 80 Tagen um die Welt fahren, drei Kontinente, 17 Länder und jede Menge Abenteuer. Wenn Sie ein Stückchen mitkommen wollen, lade ich Sie herzlich ein, teilen Sie ein Stück vom Weg, teilen Sie ein Stück vom Abenteuer, sehen Sie meine kleinen Nervenzusammenbrüche, kleine Pannen, Probleme, all das werde ich Ihnen auf dem Weg mitzeigen. Ich sehe euch da draußen, tschüss! Das ist ein Stückchen mit mir. Markus Meyer, ich bin ein Stückchen mit mir. Das ist ein Stückchen mit mir. Der Röntgen wird, sagt er, dass er im Mogolli ist. Der Röntgen wird, dass er im Ausgleiche der Röntgen wird, dass er im Ausgleiche der Röntgen wird.